Weiter geht's in unserer Videoreihe ZPO. Schön, dass Sie noch dabei sind. In dieser Folge kümmern wir uns um die Postulationsfähigkeit und die Prozessvollmacht. Zunächst zur Postulationsfähigkeit. Sie meint die Fähigkeit, dem prozessualen Handeln eine rechtserhebliche Form zu geben. Etwas einfacher formuliert, wer nicht postulationsfähig ist, kann nicht wirksam Prozesshandlungen vornehmen. Vor den Amtsgerichten ist jede prozessfähige Person auch postulationsfähig. Anders sieht es vor den Land- und Oberlandesgerichten aus. Gemäß § 78 Absatz 1 Satz 1 ZPO herrscht dort Anwaltszwang. Parteien müssen sich durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt vertreten lassen. Nur sie können Prozesshandlungen wirksam vornehmen. Eine Sonderstellung nimmt der BGH ein. Nach § 78 Absatz 1 Satz 3 ZPO müssen sich die Parteien dort durch beim BGH zugelassene Rechtsanwältinnen oder Anwälte vertreten lassen. Es handelt sich hierbei um den einzigen verbliebenen Fall einer sogenannten Singularzulassung vor deutschen Gerichten. Die dort zugelassenen Anwältinnen oder Anwälte, die auf Revisionsrecht spezialisiert sind, dürfen nicht vor anderen Gerichten auftreten mit Ausnahme der obersten Bundesgerichte und des Bundesverfassungsgerichts. Um wirksam Prozesshandlungen vorzunehmen, sind also Prozessfähigkeit und Postulationsfähigkeit erforderlich. Beide Punkte beziehen sich nicht auf die Prozesspartei, sondern auf die konkret vor Gericht auftretende Person. Auch eine als Vertreterin auftretende Rechtsanwältin muss also zum Beispiel prozessfähig sein. Wie schon die Prozessfähigkeit ist auch die Postulationsfähigkeit für sich genommen keine Voraussetzung für die Zulässigkeit einer Klage. Eine wirksame Klageerhebung setzt aber Postulationsfähigkeit voraus. Fehlt sie, wird die Klage nicht zugestellt. Die Postulationsfähigkeit bei Klageerhebung ist also eine echte Prozessvoraussetzung. Teilweise wird das auch für die Prozessfähigkeit bei Klageerhebung vertreten, wie wir bereits besprochen haben. Für bestimmte Prozesshandlungen lässt § 78 Absatz 3 ZPO Ausnahmen vom Anwaltszwang zu. Schauen Sie mal rein. Wichtig ist hier die dritte Variante. Für Prozesshandlungen, die vor dem Urkunstbeamten der Geschäftsstelle vorgenommen werden können, gilt der Anwaltszwang nicht. Bei welchen Prozesshandlungen das möglich ist, ist im Gesetz jeweils ausdrücklich geregelt. Gemäß § 44 Absatz 1 Halbsatz 2 ZPO kann zum Beispiel ein Ablehnungsgesuch gegen einen Richter vor dem Urkunstbeamten der Geschäftsstelle erklärt werden. Für das folgende Verfahren gilt aber wieder der Anwaltszwang, wenn es nicht vor dem Amtsgericht stattfindet. Damit die Prozesshandlungen der Rechtsanwältin oder des Rechtsanwalts für und gegen die vertretene Partei wirken, ist eine Prozessvollmacht erforderlich. Vollmacht kann dafür auf § 164 BGB zurückgegriffen werden? Nein, die Erteilung einer Prozessvollmacht ist eine Prozesshandlung, deren Wirksamkeit sich nach Prozessrecht richtet. Dazu sind Spezialvorschriften in den § 80 bis 89 ZPO zu finden. Aus der Einordnung als Prozesshandlung ergibt sich auch, dass die bevollmächtigende Partei für die Erteilung der Vollmacht prozessfähig und nicht nur geschäftsfähig sein muss. Das Pendant zu § 164 Absatz 1 BGB ist für die Prozessvollmacht § 85 Absatz 1 ZPO. Die Erteilung der Vollmacht ist formlos möglich. Die Regel in der Praxis ist aber die schriftliche Bevollmächtigung nach § 80 Absatz 1 ZPO, damit die Vollmacht bei einer Rüge nach § 88 Absatz 2 ZPO nachgewiesen werden kann. Wie eine Vollmacht nach bürgerlichem Recht ist die Prozessvollmacht ein eigenständiges Rechtsgeschäft, das somit unabhängig von einem zugrunde liegenden Anwaltsvertrag wirksam ist. Grundsätzlich ermächtigt die Prozessvollmacht zu allen Prozesshandlungen, was sich aus § 81 ZPO ergibt. Im Prozess mit Anwaltszwang ist eine Beschränkung des Umfangs der Prozessvollmacht nur teilweise möglich. Das ergibt sich aus § 83 Absatz 1 ZPO. Fällt Ihnen ein Beispiel für eine Vollmacht nach bürgerlichem Recht ein, die nicht beschränkt werden kann? Ein gängiges Beispiel ist die Prokura. Nach § 50 Absatz 1 HGB ist bei einer Prokura eine Beschränkung ihres Umfangs Dritten gegenüber unwirksam. Aber zurück zur Prozessvollmacht. Fehlt Sie, können die Prozesshandlungen des Vertreters gemäß § 89 Absatz 2 ZPO formlos genehmigt werden. Und noch eine Frage. Ist eine solche Genehmigung auch bei einer BGB-Vollmacht möglich? Nicht in vollem Umfang. Einseitige Rechtsgeschäfte können nach § 174 BGB nicht genehmigt werden. Einseitige Prozesshandlungen sind aber gemäß § 89 Absatz 2 ZPO von der Genehmigungswirkung erfasst. Eine weitere wichtige Rechtsfolge der Prozessvollmacht ist nach § 85 Absatz 2 ZPO die Verschuldenzurechnung. Diese gilt allerdings nur für prozessuales Verschulden, also etwa versäumte Fristen, nicht aber für materiell rechtliches Verschulden im Sinne des § 276 BGB. Anders als für die Vollmachtserteilung ist hier auch ein wirksames Grundgeschäft, also ein wirksamer Anwaltsvertrag, erforderlich. Begründet wird dieses Erfordernis damit, dass die Verschuldenzurechnung auf dem Vertrauensverhältnis zwischen Anwalt und Mandant beruht. Vor Begründung oder nach Beendigung des Mandatsverhältnisses besteht kein solches Vertrauensverhältnis. Nur in Sonderfällen ist eine gerichtliche Vertretung durch Personen möglich, die keine Rechtsanwältinnen oder Anwälte sind. Wir lesen § 79 Absatz 2 ZPO. Relevant ist vor allem die Bevollmächtigung durch volljährige Familienangehörige nach § 79 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 ZPO. Auch bei § 79 Absatz 2 ZPO ist aber eine wirksame Prozessvollmacht erforderlich. Beachten Sie bitte, dass eine Bevollmächtigung nach § 79 Absatz 2 Satz 2 ZPO die Vertreterin oder den Vertreter nicht postulationsfähig macht. Im Anwaltsprozess hilft also nur die Bevollmächtigung eines Anwalts oder einer Anwältin. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Postulationsfähigkeit ist die Fähigkeit, prozessualem Handeln eine rechtserhebliche Form zu geben. Grundsätzlich ist jedermann postulationsfähig. Vor den Land- und Oberlandesgerichten gilt allerdings nach § 78 Absatz 1 ZPO Anwaltszwang, das heißt nur Rechtsanwältinnen und Anwälte sind postulationsfähig. Klage kann dort also auch nur durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt erhoben werden. Die Partei selbst ist dort nicht postulationsfähig, unabhängig davon, ob sie prozessfähig ist. Für die Zurechnung von Prozesshandlungen ist eine Prozessvollmacht der Anwältin oder des Anwalts erforderlich. Sie ist nicht im BGB, sondern in den § 80 bis 89 ZPO geregelt. Die Erteilung der Prozessvollmacht ist selbst eine Prozesshandlung der Partei. Nach § 89 Absatz 2 ZPO können Prozesshandlungen ohne Vollmacht genehmigt werden. Das war unser Video zur Prozessvollmacht und zur Postulationsfähigkeit. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF-SCHSCH